Mario Maker nämlich! Mit passenderweise einem japanischen Speedrun zum Start, weil wann haben wir jemals Wann haben wir jemals in unserem Leben einen Speedrun gesehen in Super Mario Bros Super Mario Maker Im Super Mario Bros Engine Es ist ein komplett neues Konzept Da sind wir sehr sehr Nein Das ist schon wieder falsch Da sind wir sehr sehr froh darüber Weil das das Endlich mal wieder stattfinden Die Marke habe sogar ich verstanden Ich weiß noch nicht ob ich Ocarina of Time mag Weil ich Ocarina of Time noch nie gespielt habe Und deswegen bin ich da sehr gespannt drauf Ich werde das Spiel vorher dann einmal Testrunnen sozusagen Und dann Und dann entscheiden Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass das Spiel für mich nicht die größte Katastrophe ist Was ich jemals gespielt habe Easy wunderschön genannt Wir kommen zu Mario Maker Frauken hatte recht, stimmt Wir haben vorhin noch gefragt ob Easy wohl kommen wir Frauken hat gesagt ja Also sollte mir das Spiel dann nicht irgendwie Sollte das nicht das schlimmste Spiel aller Zeiten sein für mich Dann werden wir das danach dann irgendwann mal spielen Aber es wird noch ein kleines bisschen dauern Mindestens mal Boah ey Also ich würde mich nicht wundern wenn es dieses Jahr nicht mehr stattfindet Also darauf warten würde ich nicht aber es wird auf mich sicher Versprechen werde ich auch nichts aber es wird wahrscheinlich irgendwann mal stattfinden Geben wir mal davon aus Aber wie gesagt darauf warten würde ich für den Moment nicht Das dauert noch zu lange So Ausrufe Zeichen Kneezy Einen wunderschönen guten Abend Surprise Surprise So jung kommen wir in Mario Maker nicht mehr zusammen Wir sollten das genießen Maike einen wunderschönen guten Abend So Hashtag Hope Die Hoffnung stirbt zuletzt Wir suchen Yoshi Hat es vielleicht was mit Sucht zu tun Übrigens auch danke natürlich für die Bits Easy So Nicht das wird das vergessen Maggie Ich konnte als Tag auch einstellen Dass ich Casual Gamer bin Aber ich habe schon wieder vergessen wie das war Ich hatte ja quasi einen Titel Ich weiß nicht mehr was das war Ich war ja kein Core Gamer aber auch kein Casual Gamer Vielleicht war ich ein Lore Gamer Oh ja Oh Yeah Yoshi auf dem Meer Deswegen wir suchen wahrscheinlich Yoshi nur um am Ende wieder zu töten Ist ja auf dem Eis und mehr Nein Ach was ist denn jetzt los Auf Ist doof Code von meinem Geburtstagslevel Ich glaube nicht Ehrlich gesagt Du hattest mal irgendwann Geburtstagslevel angesprochen Ich bin aber dann ehrlich gesagt davon ausgegangen dass du die Drei Jahre Mario Maker Geburtstagslevel meinst Ich müsste jetzt in den WarpBot mal reingucken Ich habe ja noch gar nicht gestartet Aber ich glaube nicht dass du mir davon einen Code gegeben hast Ich guck gleich nach Zweifel Das Heimlimit habe ich überhaupt nicht Das habe ich überhaupt nicht kommen sehen jetzt Es ist aber für den Lerner Ich renne dir nur geradeaus Ich wäre längst fertig wenn ihr mich nicht mit jedem Dreck aufhalten würdet Ich habe das Ding Dong Der steht dort vor der Tür Es ist der kleine Easy Mit Äh Bierchen Für uns vier So Kann man vier auf Tür rein Ich mache das jetzt einfach Ich lege ich ich Plötzlich ist hier ein Speedrun Level im Moment Wir sind mit dir nicht in Ordnung Aber dann war bis der Speedrun vollkommen irrelevant Wenn ich dann sterbe und von dem Checkpoint nochmal neu anfange Weil dann habe ich ja die komplette Zeit nochmal neu Was zur Hölle man? Da war Yoshi Ich habe gewonnen Z Z Z Z Z Z Z Z Ziemlich zügig, oder wie sagt man? Unter uns Profis, Alter, komm mal klein. Julian, wunderschön, guten Abend. Einiger Stimmbrohr. Das passiert, wenn man dann mal zum falschen Zeitpunkt auf den Chat guckt. Kinder tut das nicht. Siehst du, das passiert dann, wenn man nicht zum richtigen Zeitpunkt auf den Chat guckt, weil dann schritten wir nämlich da rein. Weil warten ist nämlich toll und wir wollen da warten. Yes. Save of Doom. Ist irgendwas Falsches drin? Weil das andere Haus war ja richtig. Ist das denn jetzt hier falsch? Na gut. Die Frage ist jetzt auch wieder, was habe ich erwartet, dass jetzt das Ding... Ja genau, genau so ist es. Aber du vergisst dann aber... Du darfst dann erst, musst du dich beschweren, dass ich zu wenig Nachrichten lese. Und wenn ich dann aber wieder Nachrichten lese und deswegen manchmal sterbe, musst du auch wieder rumkacken, weil das ist dir dann auch doof. Was bist du denn für ein Noob? Das muss dann kommen. So funktioniert das. So und nicht anders hat das zu funktionieren. Sonst bin ich enttäuscht, traurig und werde weinen. Wollen wir mich weinen sehen? Ich denke nicht. Ich verklebe nämlich alles im Bad. Das wäre schlimm. Auf jetzt. Sind die Sound-Effekte wohl das Schlimmste, was jemals passiert ist? Ja mein gut, manche sind ja auch lustig. Manchmal, wenn das Wu macht, wenn ich gerade einen tollen Sprung hinbekomme, ist das ja fantastisch. Du Napp. Ist das nicht irgendwie eine Süßigkeit, die Nappi heißt oder so? Napps, du meinst Schnaps? Das ist was anderes. Schnäpse sind keine Süßigkeit. Gibt es einen Schokoladen-Schnaps? Sollen wir mal einen Schokoladen-Schnaps probieren? Hersteigen wir Effekte. Das ist das, was wir brauchen, Alter. Das ist das, was wir brauchen. Danke. Hat funktioniert. Ich bin zufrieden. Hat eigentlich jemals jemand Spaß daran, diese komischen, diese lustigen Hin- und Her-Sachen dazu machen? Das ist ein zweites Level zweiter Super Mario, ein New Super Mario Bros. Speedrun. Nur mal so am Rande. Willkommen in Mario Maker Anno 2018, Alter. Das ist fantastisch. Okay. Möchte ich jetzt fertig sein mit dem Scheiß? Okay. Trotzdem noch Zeitdruck. Au, au. Yoshi und Schlüssel. Können wir gewonnen haben? Schokoladenlikör? Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Nougatlikör kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Haben wir nicht, was haben wir damals nicht auch ein Nougatlikör gemacht? Ich meine, wir haben auch mal ein Nougat. War das? Ne, wir haben auch mal ein weißes Schokoladelikör gemacht. Der war auch fantastisch. Thun in Taka-Chan. Nehmen wir. Von Billy. Mhm. Ab geht er, Alter. Ab geht er. Das ist ein Speedrun. Selbstverständlich. Das ist das Einzige, was wir noch haben. Das ist das Einzige, was wir noch haben. Das ist das Einzige, was wir noch übrig geblieben. Das Einzige, was noch übrig geblieben ist, ist ein Speedrun-Level, weil das ist das, was wir brauchen. Weil wir so gut sind und weil wir das gerne haben wollen. Pass auf. Hau einen raus. Ich hasse dich. Baue ich das? Ach, komm schon. Ich meine, gut, weil ich einmal hängen geblieben bin. Ja, gut. Das kann ich verstehen. Ich kann folgen. Wenn ich hier nicht an dem Turm nicht hängen geblieben wäre, hätte ich es vielleicht sogar geschafft. Wahrscheinlich, oder? Ich denke schon. Das wirkte so. Ja. Guck. Professionell wir sind. Yes. 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 Läuft doch. Hör mal. Soll ich ja sagen, dass ich ja nicht kann. Mit einer Sekunde Restzeit. Also quasi, im Prinzip hat die noch eine Stunde Zeit, Alter. Eine Stunde. Ich hätte im Prinzip zwischendurch noch Gassi gehen können, Alter. So. Ich habe einen Eiswürfel im Mund. Ja, das war lustig. Wir nehmen das mal. Warum wird mir jetzt kein Weltrekord angezeigt? Schmerz. Danke euch. Hurra für mehr Eiswürfel. Ja. Table Tennis haben wir schon. Haben wir schon. Mal weg. Gib mir neue Sachen. Spring Experiment 9. Mario Max 3 CC Circuit. Wir wollen ja mal nicht so sein. Wir wollen ja mal nicht so sein. Ach Gott. Von einem Niederländer. Die können bestimmt gut. Die können bestimmt gut Level. Die sind jetzt einfach mal optimistisch. Und dann auch Niederländer nach Max. Stopp. Shit. Habe ich ein Zeitlimit? Bzw. ist das Zeitlimit relevant? Das ist jetzt die Frage. Weil da muss ich die ganzen Springs wahrscheinlich sogar nutzen. Warton. Ich warte nur auf den großen Schocker, der mir dann das Leben zur Hölle macht. Ich warte drauf. Ansonsten ist das gerade für ein Wasserlevel ja schon fast erträglich. Gerade für ein Wasserlevel schon fast flüssig und schnell. Das fühlt sich fast an, als wäre es ein Level. Man könnte fast denken, man hätte Spaß. Beinahe. Dann kann man das jetzt. Brauche ich die Dings jetzt noch oder brauche ich die nicht? Ich gehe jetzt erstmal davon ab. Ach, das war Bonus für die roten Münzen. Ach, du Scheiße. War da irgendwo eine Schlüsseltür, die ich nicht gesehen habe? Musst du ja eigentlich. Die Frage ist, wo war sie? Ich versuche darauf zu achten, ob ich sie sehe. Aber ich irgendwie, also bisher war noch keine da. Okay. Gehe jetzt mal einfach davon aus, dass ich, dass der Pfeil da nach links zeigt, dass ich die Münzen nicht zwingend brauche, sondern dass das irgendwie so ein True-Ending-Ding ist, was mich ehrlich gesagt einen feuchten Scheiß interessiert. Nein. Okay. War hier eine Schlüsseltür? Ich habe keine Gottverdammte Ahnung. Da ist eine Schlüsseltür. Okay. Ähm. Filz wäre nett. Freue ja auch nicht. So, ich bin mit so einem Kram. So. Jetzt. Wahrscheinlich Boss-Time, so wie ich dieses Ding hier einschätzen. Und dann wird... Ne, Donnie. Oh, wow. Ich wollte mich die Power-Up-Star. Die Power-Up-Star könnte ich holen, wenn ich alle Münzen eingeseitze. Ja, gut. Ja, gut. Kann ich verstehen. Kann ich, kann ich, ne, kann ich, kann ich so hinnehmen. Kann ich akzeptieren. Ich muss den Warp-Up-Bot mal starten. Den Warp-Boot. Immer einen Stern für. Ach, komm, für ein Wasserlevel war das schon okay. Wir wollen ja, wir wollen ja quasi mal nicht so sein. So. Aber es müsste jetzt funktioniert haben, oder? Ich weiß, ich habe es schon lange nicht mehr genutzt. Geht mir tolle Sachen. Spiel. Ja, Birthday Castle 3x. Alles gut zum Geburtstag. Dankeschön. Quasi nachträglich. Dank, Fabrizio. Also, pass auf. Wir hauen jetzt einen raus. Oh, oh. Sag mir nur, dass ihr keine Shell-Jumps drin seid. Sonst bin ich traurig und beleidigt. Ich brauche euch drei. Gib mir erst mal Power-Up. Dann reden wir weiter. Ich gehe davon aus, dass ich da nicht rein kann. Okay. Kloppt. Pass auf. Wir sind pass auf. Wir sind 20 Schritt, Mann. Achtung. Kloppt. Ich meine, damit könnte ich jetzt theoretisch dann zurückgehen und die lustigen Pflanzen da kaputt machen. Pflanzen. Die Buben da kaputt machen und dann mal schauen, was passiert. Das könnte ich wohl tun. Das ist bestimmt sogar der Plan. Das ist der Plan, den wir jetzt verfolgen. Ja. Das ist der Plan, den wir verfolgen werden. Yes. Bitch. Guck. Gut wir sind. Und sogar ein Pilzchen, den ich nie brauche. Oder ist das mein Geburtstags-Pilzchen? Ist das mein Geburtstags-Pilzchen? Warte, das ist wunderbar. Wenn ich es machen, wir machen wir quasi 100% raus. Kann ich jetzt einen 100%-Tag an meinen Streamen dran machen? Das ist jetzt die Frage. Das ist das, was wir jetzt tun müssen. Dem Fort. Yes. Mmh. Checkpoint. Das heißt, das heißt wahrscheinlich nichts Gutes, aber wir nehmen es mal an. Ich hätte da wahrscheinlich reingewollt. Gehe ich davon aus, dass ich da reingewollt hätte? Auch scheinbar nicht. Ach, das ist der Weg zurück. Gehe mir leveln mit Bumpern zum Geburtstag. Easy. Easy, das ist ein Affront. Das ist wahrscheinlich zu langsam. Nee, ist es nicht. Yes. Das war aber knapp. Ja, ja, ja. Boom. Na. Hauern raus. Fies. Fies gemein und hinterhältig. Alter, kommt hier was raus? Nee. Arsch. Oh, ab. Lass mich in meine Tür rein. In mein Schlafzimmer. Da möchte ich sein. Yes. Yes. Ich fühle, dass jetzt noch ein Boss kommt. Weil so leicht lässt Easy mich dann nicht von der Anger. Fies. Dunkt mich. Moment. Ja, möchte ich den da eigentlich, würde ich den ja nicht haben. Das ist das Ding. Ja. Darauf ein, was auch immer das hier ist. So, Margarita war da, ne? Habt, danke Ihnen. Ich hab Samba-Tänzerinnen nachdreht zum Geburtstag bekommen, ey. Ich kann es nicht mal mehr kaputt machen. Ja, ja, nee, oder? Oh, hurra. Ein Traum. Dankeschön. Na, guck. Aber das hat ja Gott sei Dank auch noch nachgeholt. Wann hast du das eingeschickt, Easy? Ich hab keine Ahnung. Wird mir das hier angezeigt? Hm. Los, der Weltrekord wird gehalten von J. Bizzle. Dem beschissensten Mario-Maker-Bauer-Aufthalt. Sehr schön. Ja, 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 ja. Oh. Wie sich das gehört. Oh ja, so. J. Bizzle hält den Weltrekord in meinem Geburtstagslevel. Dass ich, dass ich, dass ich das, dass ich das mal erleben darf, du, weißt du. Ich hab alles erreicht in meinem Leben, was ich jemals erleben wollte. Ich bin zufrieden. Mach, Server. Kanon-Quatsch. Müssen wir jetzt alle in Kanon singen? Frere Jacke, Frere Jacke, schläfst du. Und du sollst nicht parallel singen, sondern später. Du hast es... Nee. Nochmal. Bruder Jakob oder das. Yes. Grüße gehen raus an den Olden-Wemse-Easy für dieses geile Geburtstags-Level. Hans macht Freu-Freu-Kruz-Hüppe. Kruz-Rasche. Ich finde, das Fantastischste daran war die Betonung des Wortes geil. Samu, danke schön. Und Max einen wunderschönen guten Abend. Ich hab übrigens Streamers oder Streams, bei denen ist das Gimmick, das die Leute so tun, als hätte die Person jeden Tag Geburtstags. Das finde ich fantastisch. Hashtag, Hashtag-Kruz-Rage, genau. Dankeschön, Samu. Nein. Ich hab Angst. Easy, warum machst du sowas? Warum tust du mir sowas an? Das ist jetzt auch nicht mehr mein Geburtstags-Level. Jetzt kann ich ja leiden. Jetzt ist ja alles okay. Halt, stopp. Jetzt rede ich. So. Das ist das Wichtigste. Wir haben alle Geburtstags. Sind wir nicht alle ein bisschen Geburtstags-Kinder? Ich hab übrigens die ersten Reviews von Forza Horizon gesehen. Das Spiel muss mal übelst rocken, Alter. Heilige Scheiße. Ah, Moment. Ist hier ein Block versteckt? Äh, äh. Äh, hä. Du sneaky-Sneak. He, 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 he. Hocki ist übrigens auch krank. Also du leidest zumindest nicht alleine, Max. Ist okay. Wir stehen das alle zusammen durch. Shit, der andere Schlüssel war wahrscheinlich bei dem anderen Dong-Dong. Ja, ja, ich hab's gestern zu Frau Gokki gesagt. Für ein Rennspiel ist ein Metascore von über 90 schon bombastisch. Heilige Scheiße. Natürlich bei dem anderen Dong-Dong. Dafür sind wir doch hier, oder? Moment, da waren noch mehr Dong-Dong? Scheit. Ist aber Dong-Dong Overload. Easy, meine Frau wird eifersüchtig. Kann ich nie machen. Muss ich einen Dong-Dong alleine finden? Ich will keinen Dong-Dong alleine finden. War hier oben noch was? Ha, ha. Ha, ha, ha. Yes. Aber easy. Das war aber kein Dong-Dong. Wie hätte ich das verstehen sollen? Dong-Dong, guckst du hin? Nein, das stimmt. Ich meine, es sei denn, der masturbiert. Details, oder? Ich lasse es drüber sein. Oh, Checkpoint jetzt auch. Okay, heilige Scheiße. Also, man darf quasi, verstehe ich das richtig? Ich habe Bowser besiegt, Bitch. Im First Try, ja? Hochprofessionell, was hier abläuft. Recht auch. Schön, dass man, also muss man, verstehe ich das richtig, dass man im Grunde genommen 30 Euro dafür zahlt, dass man das Spiel vier Tage vorher kaufen kann? Das finde ich fantastisch. Dankeschön, dankeschön. Ach, da war eine Kerze. Also eine Kerze, die auf den Dongle hinweist. Das war ja schäbig, du. Sollen wir doch nochmal französisch Level vor. Mir wird hier angezeigt, dass der Typ sowieso komplett abgehauen ist. Soll ich die Level vor dem jetzt überhaupt noch spielen? King of the Rumba Beat. Scheiße. Moment, erstmal easy, completed. So, und dann King of the Rumba Beat. So, wir machen jetzt mal einfach, genau. Ganz später darüber freuen wir uns, mir auch egal. Ach, das kommt noch ein paar. Ja, ich meine gut, gerade die DLCs sind schon ziemlich fantastisch. Ja, die Musik ist, ich habe mir sagen lassen, dass der Soundtrack vor allem dann fantastisch ist, wenn du den Klassik-Kanal an hast. Es ist ja nicht mal mehr da, es ist ja nicht mal mehr da, um meine Begeisterung über sein fantastisch komponiertes Musiklevel zu sehen. Fantastisch, hervorragend. Weißt du, diese Franzosen immer. Fucking Mozart, wie sich das gehört. Chick. Wie Chick. Chick ist ein Buch. Chick ist ein Buch, das wir wahrscheinlich alle gelesen haben. Kenne ich das Lied? Bitch. Bitch. Der Beat, alter. Yes. Sieht ihr jetzt, dass wir sein Level gespielt haben? Jetzt kommt er bestimmt zurück. Kommt er bestimmt zurück und sagt, so. Jetzt gebe ich dir erst recht ein Level. Ich habe la Poutine, ich habe eine excuse. Eine Clear-Rate von 3%. First Clear, Billbert. Dann muss sie gut sein. Wenn Billbert der First Clear ist, dann müssen wir gewonnen haben. Ja, 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 ja. Das. Im peuvent sein. Img